Und das war's. Jetzt hatte ich überlegt, den Wollknäuel, aber den brauche ich eventuell noch selber für HW. Wenn ich ihr die... Probieren wir mal aus, aber ich glaube... Dem Erzähler verging langsam. Ja, ist sehr gut. Entschuldige, lieber Erzähler. Ich kann auch nichts dafür. Okay, mehr als ein Sichtfenster ist hier nicht. Ich würde mich sonst gerne als Geist verkleiden. Aber da wüsste ich nicht... Was hab ich denn gerade? Ich bin noch auf Feuer, ne? Äh, gefährliche spitze Gegenstände. Weil wenn man jetzt... Lobster, vielen Dank für deinen Autohost. Vielen lieben Dank. Ähm... Ich brauche noch blau. Haben wir unterwegs irgendwo was Blaues gesehen? Nee, ne? Ich bin gerade am Überlegen. Wir waren auf dem Dach bei der... bei der Biene. Also das einzige Blaue ist HW. Aber wenn ich HW nehme, dann ziehe ich ihn... ...auf. Ist hier irgendetwas Blaues? Nein. Hast du irgendwas Blaues? Du solltest nicht hier sein. Ich darf nicht mit Menschen reden. Zumindest nicht mit... Lebenden. Und wenn ich dir sage, ich bin tot. Ich darf lügen. Und ich bin tot. Du solltest nicht hier sein. Ich darf nicht mit... Zumindest nicht mit... Lebenden. Ach, Schande. Das war's hier? Und das Pizza-Problem habe ich immer noch. Das ist so, äh, äh, dieses Pizza-Problem. Äh, also... Äh, ähm... Ja, wir gehen nochmal zur Rollenspiel-Runde. Warum kriege ich dein Kissen nicht? Aber das behältst du für dich. Ich kann hier nichts weitermachen. Ich kann nur mit den Jungs einmal reden. Meine Pizza wollen die ja nicht. Ich... Ah, die Pizza. Wohl an. Aber... Ich wollte doch keine Tomaten. Ach, toll. Jetzt geht das... Infort! Gehe sie uns damit aus den Augen! Ja, es... Mann. Ich kriege doch die Tomaten nicht mehr von der Pizza runter. Gelbe Bananen, rote Tomaten, grüner Brokkoli, blaue Blaubeeren. Kann ich irgendwas... Elbe Bananen, rote Tomaten... Ja, 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 ja. Und... Pizza weglegen. Das mit der Pizza habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Weil sie wollte gerne, sie wollte keine Tomaten. Er wollte Tomaten. Aber wenn ich versuche, die Tomaten hier oben oder hier zu verschieben, ich habe sie dummerweise schon, ohne zu wissen, was ich hier tue, belegt. Brüner Brokkoli. Warum? Ich kann die Pizza auch nicht drehen. Ich vermute wirklich, uns fehlt ein Messer. Also ich bin wirklich so, dass wir sie teilen müssen in vier Teile. Aber wo? Und wenn, dann würde ich jetzt so viel Käse oben drüber machen, dass sie gar nicht mitbekommen, mit was ich das belegt habe. Das wäre jetzt meine Idee. Aber wenn einer von euch noch eine Idee hat, was ich mit der Pizza machen kann, bitte... Ich bin, ich bin offen für alles. Für fast alles, aber soweit. Hier ist nur noch der Waschraum. Und wenn ich Harvey mitnehme, dann lande ich wieder in dieser, ähm... Die Tür war fest verschlossen. Okay. Weil wenn ich Harvey mitnehme... Die Tür war fest verschlossen. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegend... Also lass schön's später. Was habe ich denn angeschaltet? Ich darf nicht lügen. Okay, spitzen Gegenstände. Das macht mich huschig. Ich habe eine Idee, gibst du mir... Ich habe Hunger. Und wieder hatte Lilly ihre Unfähigkeit bewiesen. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Ja, diese Idee hätte ich auch schon längst. Ich hätte so Lust... Okay, aber warum? Und wenn ich jetzt Harvey nehme, dann... Dann lande ich wieder bei den... Ah, das ist... Woogie? 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 Dammig. Gibt es hier... Kann man hier irgendwas mitnehmen? Hier zum Beispiel das Gittertor öffnen. Die Tür war fest verschlossen. Natürlich haben wir keine... Keine Nadel, gar nichts. Wir haben Huhn. Eine Feder würde reichen. Wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Jetzt habe ich... Keine... Feder. Mist. Ich kann hier auch nichts anderes machen. Wenn ich wenigstens wüsste, was mit meiner Wäsche ist. Also wenn ich jetzt noch so ein... Ich würde den Hasen so gerne in dieses Pissoir stecken. Ich muss das weiße Laken... Ich werde es jetzt mal versuchen ins Blaue zu stecken. Aber das würde ich nicht zulassen. Das war bereits frisch gewaschen. Ach, Mann. Lilly wusste, dass sie nicht das Essen... Nee, ich darf nicht... Ich darf nicht mit Essen spielen. Ich vergesse das immer. Ich brauche was Blaues. Irgendwas Blaues. Genau. Nee. Ich habe gerade überhaupt keine... Wieder gar keinen Pfeil. Überwachungsraum. Dann gehe ich jetzt in meinen Überwachungsraum. Stecke ihr die Pizza in die Klappe. Dem Erzähler verging langsatz. Ja, ja. Ja. Okay. War nur ne... Frust. Ein verzweifelter Versuch. Okay. Ist im Heizungskeller noch was gewesen. Okay. Okay. Nee. Da sind wir jetzt durch. Ertränke den Hasen. Ja. Das wäre alles so schön. Das wäre so schön, wenn das mit dem Hasen funktionieren würde. Aber das Einzige ist, wenn ich immer den Hasen in die Hand nehme... ...dass ich dann wieder Halluzinationen bekomme. Okay. Kann ich denn hier runter? Gehst du... Gehst du... Nein. Lilly geht nicht runter. Kalypse. Schönen guten Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh. Lilly. Ach so. Zum Kaminschacht. Zum Kaminschacht. Habe ich da noch irgendeine Möglichkeit? Nee. Er hat mir das weiße Laken ja gegeben. Der Wartungsraum. Zum Dach. Am Dach dürfte, glaube ich, auch nichts mehr sein. Aber wir gehen nochmal zum Dach. Wer weiß. Gibt es hier irgendwas, was ich denn noch machen könnte? Zum Beispiel das Laken hier. Die Motten schienen zwar interessiert, aber Lilly zögerte. Irgendetwas sagte ihr, dass ein mottenzerfressener Gegenstand weniger wert war als ein Heiler. Ja. Lacken am Dosenöffner. Aber das Problem ist, Lacken am Dosenöffner, dann würde es ja... Wir brauchen hier eigentlich keine Lochkarte mehr, ne? Alles Bessen. Danke. Ich hoffe, Harvey macht dich nicht zu sehr fertig. Im Moment doch. Im Moment doch, weil ich keine Ahnung habe, was ich mit der Pizza machen soll. Okay. Ich glaube nicht, dass hier noch... Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Natürlich. Oh, danke. Danke, Dozo. Danke. Oh Mann. Geist. Ich... Ja. Natürlich. Ah. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf die Uhrzeit. Ich bin schon müde. Nein, nein, nein. Nicht zum Flur. Bitte nicht zum Flur. Kannst du das da dann dahin? Huch. Ein Geist. Genekt. Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihn seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Ach komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Ach. Irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mh-mh. Mann. Bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Doch. Doch, doch, doch. Super, dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht, aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte. Ich schiebe dir etwas Frottee durch die Durchreiche. Yeah. Super, wir haben blau, wir haben blau, wir haben blau. Yeah. Echt? Wegen dem Loch. Ey, Mann. Da kam... Oh, da kam ich gar nicht drauf. Das ist der Vorteil, das muss ich echt sagen. Das ist der Vorteil, solche Spiele im Stream zu spielen, weil ich würde nach drei Stunden immer noch hier rumrennen und nicht wissen, was ich tun muss. Vielen Dank. Ha. Super. Okay. Hier. Was hast du da? Zeig mal her. Blau. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das blaue Pissoir ruhig, so oft du willst. Was passiert jetzt? Was... was kann ich jetzt damit machen? Die Wäsche wurde hier offenbar in fein säuberlich nach Farben getrennten Pissoirs gewaschen. Man konnte es mit der Reinlichkeit auch übertreiben, fand Lily. Gut. Ich dachte, jetzt würde hier irgendwas passieren. Und da sind sie wieder meine Fragezeichen über dem Kopf. Ich kann die Bananen doch... Geld genug, genau. Kann ich... Kann ich das denn noch weiterfärben? Nein. Das würde mich jetzt... Okay, danke. Aber... Jetzt... Bitte, 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 wussch! Okay. Dann... Mein Problem ist gerade, ich verstehe das mit der Wäsche nicht. Ich verstehe das nicht. Also, ich verstehe die Wäschetrennung. Ich verstehe, dass sie unterschiedlich die Wäsche waschen. ich verstehe aber gerade echt nicht was was ist der sinn lilly fand er wirkte ein wenig wischi waschi das ist mit weiß hast du da zeig mal her was jetzt hatte lilly doch tatsächlich das ob müssen wenn ich dir die pizza das hilft mir das hilft mir gerade alles nicht weiter schon alleine dieses probleme der belge bananen rote tomaten grüne brokkoli blaue blaubeeren ich nein Nein, warte mal, warte mal, lass mich mal ganz kurz hier raus, kann ich denn Tomaten zum Beispiel in grün färben? Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. Oh, oh, okay. Gelbe Bananen, roter, blau. Grüne Tomaten. Okay, er wollte keine Bananen. Er wollte keine Bananen, das heißt, er will ja Tomaten. Also färben wir die, oh Gott, echt jetzt? Entschuldigung, also das heißt jetzt, wir machen hier Lebensmittelfarben. Die Bananen färben wir jetzt rot. Was sagte man dazu? Rote Bananen. Ich hoffe, das ist Lebensmittelfarbe. Gelbe Bananen. Nein, 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 nein. So, und wenn ich jetzt die roten Bananen hier rauf... Rote Bananen. Er ist aber noch sauer. Weil, was wollte er denn nicht drauf haben? Keine Paprika, äh, keine Paprika, sag ich mal. Keine, äh, Brokkoli oder Heidelbeer? Heidelbeer wollte er nicht, ne? Aber er wollte Heidelbeer. Und er wollte... Nein, was wollte er? Ihm hab ich nicht verstanden. Wenn ich jetzt die, die, in, die Blaubeeren in, in, in... Gelb packe, weil Bananen war doch... Was sagte man dazu? Gelbe Blaubeeren. Ähm... Rote Bananen. Grüne, blaue... Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt die jetzt da... Gelbe Blaubeeren. Ich würde sagen, alle sehen so glücklich aus. Oh, bitte. Oh, bitte. Ich glaube, sie sind alle... Bitte, ja. Vielleicht. Wäre schön. Ähm. So. Könntet... Könntet ihr damit leben? Ah, die Pizza. Wohl an. Och. Gar kein Brokkoli? Habt ihr etwa die Bestellung der Holden Petra vergessen? Schämt euch. An meiner Tafel soll niemand Hunger leiden. Hinfort. Gehe sie uns damit aus den Augen. Ich hab doch Brokkoli drauf. Rote Bananen. Grüne Tomaten. Grüne Brokkoli. Gelbe Blaubeeren. Ich brauche blaue... Ich brauche blaue... Blaue... Brokkoli, ne? Wegen der blöden... Wegen deren blöden... Äh... Äh... Brokkoli in blau. Was sagte man dazu? Blaue Brokkoli? Es ist sehr vergirrt. Rote Bananen. Grüne Gelbe. Blaue Brokkoli. Ah... Okay. Bitte... Bitte sagt mir jetzt. Okay. Okay. Ich bin gespannt. Jetzt müssten wir alle sich freuen. Ja, die Pizza. Ja, die Pizza. Wohl an. Mh... Vortrefflich, vortrefflich. Toll. Ich wünschte, ich könnte auch so gut telefonieren wie du. Roggelbecher. Und Peter ist auch zufrieden. Zufrieden? Wie kann ich in so einer Welt zufrieden sein, in der die einzigen lebenswerten Momente darin bestehen, dass die Pizza nicht falsch belegt wurde? Das heißt, ja. Wir stehen in deiner Schuld. Peter wäre fast verhungert. Nicht so schlimm. Ich habe ohnehin schon die Hoffnung aufgegeben, in Würde zu sterben. Roggelbecher. Wohl gesprochen. Nun, da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du nicht mitspielen, Kleines? Du wirst sehen, es macht einen Riesenspaß. Wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Roggelbecher. Mhm. So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Hot Motigor.